Was ist denn los? Play TV zeichnet auf Hm Witzig Ich bin doch schon ein bisschen frech, dass der Server down ist Ich werde das natürlich uncut hochladen, weil Server is down Server is down Server is down Die könnte ich, die könnte ich eigentlich ganz nach vorne setzen und so du hast das Spiel noch nie gespielt, ab jetzt Oh ey, heute Leute, hallo NBB Und heute gehts los, ne Heute kommt Pokémon Pro Revolution Vorweg möchte ich erklären, das Spiel ist sehr aufwendig, ich hab das noch nie gespielt Also, leider Das ist die erste Folge Aber eigentlich ist das die 18. Folge Jetzt fragen sich alle, 18. Folge Ich hab schon 20 Stunden in dieses Spiel reingesteckt, Leute, die Zeit drängt Guten Tag, mein Name ist Kritzkopf In Kritzkopf Ja und ich hab 30 Aber er hat das doppelte Dann haben wir noch andere Leute, die haben das auch nicht gespielt Anders und hoch und runter Auf jeden Fall erkläre ich euch, wie das hier funktioniert Also, ihr könnt zuhören oder das lassen Äh, ich lade Immer so 1 Stunden Parts hoch Echt? Bei 20, ja, bei 20 Stunden Spielzeit sind das also bis jetzt 20 Parts Ach so Und deswegen kommt das hier Die Folge Also, bei der 20. Stunde Wo ich jetzt gerade bin Wenn ihr das mal logisch macht Wäre die Folge, die am 20. Wenn ich heute anfangen würde Wären die am 4.1. draußen Die 20. Folge Ah, ich fang heute nicht an Ich fang nächste Woche an Nächste Woche geht's los Ja man Und dann seid ihr Pokémon Revolution Pro Also, heute ist der vierte Also, Quatsch, ihr wisst das ja gar nicht Heute ist der 14.12. Und dieses Video, was ich jetzt gerade mache Geht am 14 plus 7, 21.12. hoch Also, vier Tage vor Weihnachten Aha, drei Tage vor Weihnachten Für die, die es jetzt nicht direkt am Anfang gecheckt haben Wir können keine Mathe Geht das leer Wir? Hallo Okay Aber, die essentielle Frage ist Ja Ist der Server online? Und ich kann mit Sicherheit sagen Nein, seit 45 Minuten nicht Der Server ist nicht online Wisst ihr was? Dieses Video hier Das lade ich morgen schon hoch Das ist ein Ankündigungsvideo Ab 21.12. Ah, ja man So Hype aufbauen Ja genau Ab 21.12. Pokémon Pro Revolution Oh nein Okay Das war Das war der Hype Das war schon ein bisschen eskalierend Eskalierend Leute Also 21.12. Werkt euch den Tag Streicht euch den grünen Kalender an Rot Sehen wir Im grünen Kalender Im grünen Kalender Im grünen Kalender Happy Merry Christmas Auf jeden Fall Der Hype ist real Und Der Server ist momentan down Deswegen dachte ich mir so Mach ich ein Ankündigungsvideo zum Team Revolution Dieses Spiel hier ist von Pokémon Copyright 1995 bis 2017 No Creators Inc Game Freak Inc Alle Rechte gehören den Nintendo Trademarks Das heißt irgendwann wird dieses Spiel geschlossen Also spielt das so lange ihr noch könnt Und werft euer Leben weg So wie wir So wie wir Und Ja Was soll ich jetzt noch da groß zu sagen Ich hab hier eine LED Lichterkette Und würde mich freuen wenn ihr das Projekt genauso abfeiert wie ich Also heute ist der 14.12. Ja genau Falls ihr dieses Spiel anfangen solltet Wir laden euch herzlich dazu ein zu spenden Und zwar sammeln wir Geld für eine Gilde Gilde Wir nennen sie wahrscheinlich die Eskalation Die Eskalation Ihr könnt mit dabei sein Ihr könnt mit dabei sein Es reicht schon ne Geld Also man braucht 40.000 Pokedollar Um eine Gilde zu gründen 400.000 400.000 Oh 400.000 Ich wurde falsche Informationen hinterlegt 400.000 ne Wenn Jeder von euch 100.000 spendet Jeder also ein bisschen Geld spendet Also wenn ihr das Spiel spielen solltet ne Oder Vielleicht spielt ihr das Spiel ja schon Und die sind übelst zu Prost Und habt übelst ein Pokémon checkt mir welche Ich kann eben Sabrina momentan nicht besiegen Also ich hab die echt noch nicht versucht Ja gut Auf jeden Fall Im Prinzip ist das Kann eigentlich nur ein Podcast Den wir machen Also den du machst Also den ich ein bisschen mitmache Aber eigentlich Aua ich hab Schaden bekommen Aber Isaac Ja dann ist das Pokémon Pro Revolution Folge 0 Ja stimmt Das ist da Aber es ist dann doch schon irgendwie Folge 0 Ja wir sind schon 20 Stunden in game Also ihr werdet alles was wir jetzt sagen ne Das ist mit Eindrücken und Andrücken von Connection to Service immer noch nicht da Ja auf jeden Fall war es das jetzt auch eigentlich oder hast du noch irgendwas zu sagen Also wenn ihr dann dabei sein wollt in der Gilde dann Wir müssen nur Geld genug sammeln Kann man was sagen? Topcake 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 Also Ganz